wie komme ich da noch mal einfach rein so ne dann haben die dann teleport punkt auf jeden fall sehr hilfreich so aufstiegsherausforderung und dann sind wir schon experte das ist doch schon mal hier übelst genial so feuer gegen eis erst mal feuer gegen wasser ob das funktioniert ja Jetzt muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? Das ist schon mal stark, dass ich die bekomme von Ganyu. Die habe ich noch nicht ganz verstanden. Das heißt, ich brauche aber 4 Wasser und 3 irgendwas, ne? Ach so, ich brauche 3 Aufladungen. Verstehe. 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 Geh mal hin. Wenn der mich jetzt nicht killt. Oh, 4 Wasser habe ich aber nicht, ne? Lass das mal gleich. So, Wasser. Wasser. Ist halt auch mega strong, ne? Auch mega strong, die Karte. So, weg damit. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann ich auch nicht tun. Das war's für heute. bringt mir grad nix gewiss lieben lieber die zwei stück da die kombi ist auch asozial mit der organide da kommen wir testen das jetzt mal wir brauchen jetzt wasser 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 ja das ist gut aus oh ja jetzt muss ich irgendwie nur auf die organide gleich kommen um mich jetzt auf die organide ohne dass sie stirbt ist die frage dass wir bis zu riskierbar machen wir in der nächsten runde ist der zumindest schon weg ich bin halt gut experte der stirbt jetzt auch den bach hier ist schon mal gut und der ist gut dass er die runde zu ende aber er kann nicht mehr angreifen ich will ich will zwar keine ulti machen da mit der karte hier ich brauche hydro wasser das gott ich krieg alles aber kein wasser okay und verklapp ich habe mit die look wasser da ist jetzt ich werde tauschen aber dann sterbe ich das war auf jeden fall noch probieren ja das habe ich mir nämlich gedacht ich habe mir einfach sechs schaden gibt ja wir werden es irgendwann irgendwann werden werden was rausfinden wie viele karten ich habe dann sind wir auf jeden fall werde leute so so Zähne